Ich habe mich perfekt vorbereitet und jetzt sollte es so enden, Tag für Tag, Woche für Woche. Ich bin jedes Mal alles durchgekann. Wo war der Fehler? Es musste doch funktionieren. Was habe ich falsch gemacht? Wusste ich selber nicht mehr, was richtig und falsch ist? Jetzt bloß nicht mit leeren Händen zurückkommen. Ich würde alles dafür geben, es richtig zu machen, weil ich wusste, dass mein Leben davon abhängig ist. Diese Entscheidung würde alles verändern. Die Entscheidung würde alles verändern. Die Entscheidung würde alles verändern. Die Entscheidung würde alles verändern.